Aber wir müssen durch was da durch. Mach mal einen Müll am Ende. Da können wir jetzt gleich mal Sachen reinwerfen, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel sowas wie das da. Oder das da. Oder das da. Soja, wir brauchen nur noch... Kann sein, dass du alles aufhebst. Ja, aber wir müssen mal gegen die Wand werfen. Okay. Ne, ich hebe das alles auf. Mach erst du. Äh, Schlick brauchen wir nicht. Dafür nehme ich die Leuchtwurzel. Trank. Brauche ich. Fackeln brauche ich. Okay. Das hier, Fackeln nämlich hier. Äh, den Silberhammer hast du noch, oder? Äh, nein. Kein Silberhammer. Ist aber scheiße. Wo sind meine Goldwaffen? Hab ich nicht. Wo sind meine scheiß Goldwaffen? Hey, komm. Scheiß Mongo-Wichser. Scheiß Mongo-Wichser. Die Goldwaffen weg. Ah, ne Arschlöche. Danke. Bitte. Okay, ähm, ich habe das Golderz. Steinblock. Grauer Ziegel. Innennetz für was auch immer. Muss es brauchen. Brauchen bestimmt irgendwann mal. Ich habe ein Kupfererz. Und 52 Eisenerz. 15 Bomben. 2 Methyster. 2 Methyster. 1 Kilds. Äh, 2 Kilds. Erzmäßig habe ich überhaupt nichts. Äh, Glibber. Okay, was ist denn in der Truhe jetzt noch dran? Eine Statue, glaube ich. Ein Kutschwert. Äh, das Demoid. Hier haben wir Erz. Statue. Okay, Holz. Okay, ähm, was hast du jetzt alles? Ich habe Holz, ein paar Halltränke, Höhlenforscher-Trank, Topaz, Stein, gelbe Fackeln, Matschblock, 3 Goldbahnen, 2 Leuchtwurzeln, 2 Jägertränke, eine Eisenachse, die ich noch wegwerfen kann. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zuerst hoch. Moment, ich platziere hier mal eben eine Fackel. Oder auch eine. Ja. Am besten, ich sterbe jetzt gleich nochmal. Gute Idee. Hast du noch grüne Pilze? Ja. Gib mir mal ein paar. Ups. Danke. Ach, so. Ich reagieren von unten. Moment, machen wir hier vielleicht irgendwie so eine Art Luftloch. Das irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Hoch. Geh hoch. Geh hoch. Und Luft. Ja, ich habe schon mal Luft geholt dazwischen. Okay, schade, geht nicht. Auch ne Idee. Komm mal zu mir hoch. Nein. Hust, hust. Vorsicht. Warte, ich mach den mal von unten. Guck mal, ich regenerier mich. Warte, ich mach den mal von unten. Das ist ja auch. Ja. Ja. Ach, ja. Okay, go, go. Weg hier. Ähm, wirst du noch hier da? Ja. Ich hab nur 6 Leben, halt, halt, halt Ich geh schon mal weiter Hast du noch irgendwelche Tränke? Ja, hab ich, Moment Okay, nee Warte Ja, gut Da ist ein großer Tränke, die heilen extrem viel Ha, sord, Bro Weg hier, weg hier, weg hier Was ist das da oben? Bord her Moment, ich will wissen, was das da ist Ich habe zum Glück die Druckplatte gesehen Das heißt, das kann mir jetzt nicht auf den Kopf fallen Inaktiver Steinblock? Aha Was kann der? Ich habe jetzt, ich habe, ja, keine Ahnung Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt Und der sieht cool aus Oh, und da ist da drüben noch eine Vase So, der X-Ray Blick Ja, scheint mir auch so Ja, mein Bildschirm ist einfach höher als dein wahrscheinlich Ja, genau Da schau Deswegen hörst du auch die Würmer immer höher Äh Ja, schneller Was? Ich würde Würmer höher Dead Logic Was? Was ist da? Süßchen Ah Äh Schleim Was? Da ist ein Schleim Nicht gesehen Ne Vorsicht Und wenn ich manchmal verpeilt bin, hier scheine ich irgendwie alles zu sehen Was? 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 Ey Ne, nicht da noch Äh, wir müssen die da Äh Ich mach den Kümmer du dich um das Skelett Vielleicht Okay Oder ich mach einfach beides Nein Danke Ja, warte Danke Wie viel war's? 40 40 Na komm, ich hab die 36 Und das bisschen fairer Boah Warum lässt du die immer fallen? Nein Was fallen? Äh Äh Benutze Tränke vielleicht Das kannst du mir wieder geben Sorry, aber das musste sein, ich hatte jetzt irgendwie noch 3 Leben Ähm, Moment So Danke Okay Geben wir die anderen Tränke mal Gut Okay Hier lang, oder? Ja Geben wir tiefer? Ja, ja, klar So, mein Ernst Ja, meiner nicht Ich würde mir erstmal, äh, mein Zeug in Sicherheit bringen und dann Ja Warte Machen sie einfach so Boah, kratz, 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 so Boah, scheiß Mücke Naja, Mücken sind nervig Ja Und weh, die penetriert mich heute beim Schlafen Vielleicht Was? Du schläfst? Ja, vielleicht Oh, oh Was sehen wir da oben da? Aha, aha Eisenerz Halt unsauber abgebaut Ja Tobi, also wirklich Halt unsauber abgebaut Tobi Achtung, wumm, 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 wumm Bele So- So und Ausweichung, wohin selber . Boah Was? Lass das Zeug IMMER fallen! Das kann ich aber gerade gut gebrauchen! Mach du mal eben! Kann leben! NEIN! OH NEIN! Sorry! Weh! Das war so klar! Zum Glück ist nicht weit weg! Wir sind ganz so weit unten! Ich warte auf dich! Danke! Immerhin! Immerhin haben wir etwas geschafft! Ja! Wir könnten eigentlich danach mal eine Aufnahmepause machen, oder? Wenn wir da oben sind! Ja! Könnten wir machen! Da oben liegt hier Holz! Na komm! Fick dich! Fick dich! Wieso ist es uns einfach scheißegal? Wieso ist es uns einfach scheißegal? Oh mein Gott! Warte auf mich! Stipp 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 stipp! Ja! Bitte! Geh einfach mal ohne mich vor! Warte schon! Danke! Sehr nett von dir! Ja! Am Arsch! Das kannst du vergessen! Ja! Boah! Voll gut ey! Ja! Wie viel Schaden wir machen! Ja! Danke! Boah! Ja! Boah! Ganz ehrlich! Wir liquides! Danke! tailgeroll! awwenn Das close sie letzten pieces ist là! Wird den! Was braucht sie proposed? Oh oder die vorne? Ich kann nicht sagen zu ihr..